Ja, das ist natürlich nicht so gut, wenn man ein sexy Kleid hat. Es ist mehr für Mädchen, die halt so Jungs-Posen tragen. Aber haben Sie heute eins an? Ja, heute habe ich ein paar Shorts an. Soll ich Sie zeigen? Aber wir können ein bisschen was. Das ist alles, was ich heute zu sehen bekomme. Wenn Sie die Super-G-Goldmedaille gewinnen, dann sehen wir da noch mehr. Ja, die Anstelllinie wird lange sein. Also ganz Österreich hält Ihnen jetzt natürlich die Daumen.